herzlich willkommen zum video tutorial social media und strategie die frage die dahinter steht ist wie kann ich soziale medien für mich privat für mein anliegen für als bildungseinrichtung nutzen in der praxis geht es darum soziale medien zu nutzen um bestimmte ziele damit zu verfolgen und dafür braucht man eine strategie die große kunst ist es in sozialen medien zum thema zu werden und das auf dem hintergrund dass wir wissen dass in etwa 90 prozent aller nutzerinnen und nutzer sozialer medien diese eher passiv kommunizieren neun prozent machen das ein bisschen offensiver und ein prozent nutzen soziale medien wirklich sehr sehr offensiv was sind so klassische erfolgsfaktoren die sich so in meiner arbeit auch immer wieder als erfolgsfaktoren herauskristallisieren der wichtigste punkt aus meiner sicht ist leidenschaft haben sie eine leidenschaft haben sie leidenschaft soziale medien aktiv zu nutzen oder nein wenn sie keine funken an leidenschaft für soziale medien entdecken ist es oft gescheiter man belässt es beim alten kommunizieren zweiter wichtiger erfolgsfaktor heißt verfügen sie über die wichtigen kompetenzen als einrichtung als privatperson oder als organisation um soziale medien gut nutzen zu können sie brauchen letztendlich wunderbare inhalte nämlich inhalte in digitalen medien sind dann spannend wenn sie erstens unterhaltsam sind oder zweitens hoch nützlich sind alle anderen inhalte sind irrelevant bringen ihnen relativ wenig das heißt unternehmen einrichtungen sie als privatperson als interessierte person sind gefordert darüber nachzudenken was wirklich nutzen stiftende inhalte sein können echtheit ganz wichtiger punkt in sozialen medien sie sind dann erfolgreich wenn es ihnen gelingt dort authentisch zu sein sie sind unerfolgreich wenn sie dort gekünstelt wirken dann brauchen sie entsprechende ressourcen und da reden wir in einrichtungen relativ schnell von zumindest vier bis fünf stunden in der woche tendenz kann mehr oder weniger sein aber sie brauchen entsprechende ressourcen um soziale medien umzusetzen verfügen sie über diese ressourcen nicht ist jede investition schade die passiert und sie müssen bereit sein in den dialog einzutreten mit menschen es muss sie interessieren was menschen zu berichten und zu sagen haben und letztendlich großer erfolgsfaktor heißt neugierde gelingt es ihnen neugierig zu sein und zu lernen von erfahrungen zu lernen von misserfolgen zu lernen aber auch von erfolgen zu lernen dann ist es das was sie machen können um in sozialen netzwerken erfolgreich zu sein wie schaut nun so eine klassische soziale medienstrategie aus die besteht einmal zumindest aus der großen frage dass wir uns klar sein müssen welche ziele würden wir erreichen welche menschen würden wir gern mit und mit den sozialen netzwerken erreichen und mit welchen inhalten würden wir gern diese menschen erreichen dann geht es um klassische fragen wie welche plattform ist für mich einfach nutzbar welche ist einfach umsetzbar und wie organisiere ich ein team das bei der umsetzung von social media unterstützt ich empfehle ihnen sehr stark diese strategie gemeinsam mit einem team zu bauen sie gemeinsam durch zu diskutieren eventuell auch fremde experten unterstützung dazu zu holen und die strategie insbesondere die ziele schriftlich zu formulieren das bringt uns zu dem punkt was sind mögliche ziele die sie mit sozialen medien erreichen können wo könnte da der schwerpunkt liegen ich sehe einen wichtigen punkt dabei in der vernetzung soziale medien können vor allem im bildungsbereich dafür verwendet werden um sich mit anderen personen einrichtungen zu vernetzen um dort infos auszutauschen um infos zu bekommen um wissen aufzubauen um vernetzt zu sein das heißt ein erstes ziel der nutzung in sozialen medien ob als organisation oder als privatperson heißt ich vernetze mich mit möglichst vielen menschen und bekomme die information von diesen personen im sinne eines abos zugestellt denken sie jetzt daran wenn es ihnen gelingt als expertin als experte als organisation im bildungsbereich sich mit den 50 besten expertinnen aus ihrem fachbereich zu vernetzen da haben sie ein riesenziel dass sich wissen und vernetzung nennt schon erreicht die zweite möglichkeit das ist so eher die klassische wir verwenden soziale medien um uns nach außen hin darzustellen um zu zeigen was wir können um eventuell auch neue menschen für unsere bildungsprogramme zu begeistern um wissen zu teilen dass wir zur verfügung haben um dadurch unser image zu stärken das ist diese zweite große zielebene darstellung präsent sein in den sozialen netzwerken und letztendlich das dritte ziel eigentlich des königs die königsdisziplin in sozialen medien heißt austausch heißt vernetzung mit kundinnen mit partnern heißt in den dialog kommen heißt nachfragen was sie brauchen heißt gemeinsam dinge entwickeln und gemeinsam sozusagen an dingen weiter bauen das wären so die drei zielebenen die aus meiner sicht für für den erwachsenen bildungsbereich und für die entwicklung von social media strategien dort höchst relevant sind wenn wir jetzt den blick auf die menschen werfen so empfehle ich immer sich drei klassische personen aus ihren dialoggruppen auszusuchen und sich zu überlegen welche nützlichen und unterhaltsamen inhalte können sie diesen personen anbieten wo finden sie diese personen in welchen sozialen netzwerken sind die zu hause und wie können sie gut mit diesen menschen kommunizieren inhalte und das immer beim zentralen thema von sozialen medien die inhalte müssen so gestaltet sein dass sie dort etwas unterhaltsames etwas nützliches aus ihrer organisation berichten können und auf der anderen seite muss das jemand ein dialogpartner dialogpartnerin brauchen das kann jetzt sein ein wunderbares schnäppchen eines bildungsangebotes das nützlich ist es möglicherweise sinn stiftet in ihren zielgruppen das kann aber auch sein ein ein hinweis auf eine veranstaltung einer befreundeten organisation oder ein inhaltlicher hinweis zu bestimmten themen bereich wo sie als expertin oder experte inhalte zur verfügung haben es gibt eine wunderbare regel die ihnen das leben in der umsetzung sehr erleichtert die 5 3 2 regel die besagt dass von zehn postings in etwa fünf posting inhalte anderer nutzer teilen sollten drei eigene inhalte transportieren sollten und zwei er in eine persönliche auf eine persönliche ebene gehen sollten und nun kommen zum letzten punkt machen tun das ganze die ganze strategie bringt natürlich relativ wenig wenn wir nicht umsetzen wenn wir uns nicht raus trauen wenn wir nicht auf den einen oder anderen fehler uns einlassen in bereich machen und tun empfehle ich ganz stark zumindest am anfang mit redaktionsplänen zu arbeiten wo man so ein bisschen schaut was passiert im realen leben was passiert dann möglicherweise auch auf der eigenen homepage und was passiert dann in facebook oder in anderen social media kanälen und das wunderbar und gut miteinander verknüpft garantiert meistens eine relativ erfolgreiche umsetzung zum schluss noch ein paar tipps für die umsetzung regel eins bleiben sie authentisch erzählen sie das was sie wissen verstellen sie sich nicht nutzen sie die sozialen medien ganz normal sorgen sie für einen einheitlichen auftritt das betrifft logo das betrifft auftritt in unterschiedlichen social media seiten schauen sie dass dort gleiche informationen vorhanden sind mache es gut oder lass es lieber wichtige regel auch den mut zu haben eventuell die sozialen medien in die zweite reihe zu stellen wenn man nicht das gefühl hat dass man es besonders gerne macht stiften sie mehrwert lassen sie belangloses geschreibe in den sozialen medien geben sie ein blick in ihre einschätzungen im bildungspolitischen bereich und darüber hinaus trauen sie sich im dialog mit ihren kundinnen trauen sie sich im dialog auch mit ihren netzwerkpartnern ein gefällt mir reicht meistens nicht kommentieren sie teilen sie und werden sie aktiv kommentieren sie auch kritische beiträge durchaus positiv sprechen sie so dass sie ihre menschen ihre zielgruppen wirklich verstehen verzichten sie ein wenig auf die selbstdarstellung posten sie nüchtern und eher nicht im zorn ich wünsche ihnen alles gute bei der entwicklung und umsetzung ihrer social media strategie holen sie sich hilfe wenn sie hilfe brauchen und trauen sie sich und probieren sie dinge aus